Ich will ein Feature, ich will ein Cover. Du willst ein Feature mit Standardskill? Ich rufe ihn gleich mal an und frage ihn mal an, okay? AlphaStan will mir einen Song machen. Ciao Leute, was geht? Jetzt willkommen zu diesem Wochen... Was sagst du? AlphaStan! Stein? Mach mal muh! Ich mache sicherlich nicht muh. Bro, wir spielen jetzt eine Runde Master Builders auf einem Server, meine Freunde. RevenSan.tv Und mit dabei ist heute AlphaStan. AlphaStan! Perfekt, saugeil, dass du da bist, Mann. Echt eine ziemlich, ziemlich tolle Nummer. Hey, freut mich, wir sind eigentlich nicht mehr aufgenommen. Ja, du weißt jetzt halt wieder, weil YouTube geht momentan stabil. Ja, bei dir läuft es stabil, oder was? Ja. Das freut mich sehr, Alter. Deswegen kommst du jetzt wieder an. Willst du wieder was vom Kuchen? Ich will, Digga, ganz genau. Ich habe richtig Bock auf deinen Montagkuchen, du sagst es, Bro. So, dann checken wir mal. Büro, Gebäude oder Fortbewegung. Hä, das ist was Eigenes. Fortbewegung. Fortbewegung. Nein, nein, nein. Fortbewegung ist gut. Fortbewegung, Bro. Wow, Autos oder sowas, Digga. Nein, Bro. Thema Scheune. Hä? Hä? Alles klar, okay. Gut, dann Baum, okay, dann Baumwert eine Scheune. Ist voll geil für mich, Digga, ist voll geil. Master Builders hier auf dem Server auf jeden Fall, was ich gespielt habe. Hey, wie hast du gehört? Hast du gesehen? Was habe ich gesehen? In deiner Abo-Box. Was denn? Da war ein YouTuber. Nein, habe ich nicht. Warum? Ich glaube, du kennst ihn privat. Ich kenne ihn wahrscheinlich privat, ja. Warum? Hey, PewDiePie kennst du? Achso, ja, ne, PewDiePie kenne ich tatsächlich nicht privat. Wie, äh, wen meinst du? Was kann ich für dich tun? Ich kenne Standardskill, ja. Ich kenne Standardskill sehr gut. Würde jetzt nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Ja, so Freund, da, ähm... Ja, ist dein Lied gesehen. Sein Lied habe ich gehört, GTA, ja. Kam auch gestern das React zu. Mega stark, Alter. Saugeiles Teil. Also, da bist du toll, toll. Einfach nur toll, oder? Standardskill ist mit mir da am Start. Okay. Perfekt, perfekt. Stark, stark. Ähm, Stein, pass auf, tust du mir einen Gefallen? Und machst das nicht die ganze Zeit an, weil ich will das jetzt auch nicht hören. Und außerdem weiß ich auch nicht, wie das Copyright-mäßig aussieht. Nicht, wenn ich jetzt dann Strike von Standardskill das Label bekomme. Ja, die waren... Meinst du nicht, oder Standardskill ist ein cooler? Standardskill-Erliebnis-YouTuber, würdest du sagen? Ja, aber ich glaube, ich würde erst strike mich nicht. Aber dich, ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich würde das. Ja, ja, ist kein Ding. Weil du hast dich verändert. Ich habe mich komplett verändert, aber ich bin ganz anders. Du bist nicht mehr so eine wie früher. Nee, ist so, ist so. Du hast recht, Mann. Du hast recht, Frau Bro. Ich baue hier gerade die übelste Scheiße, Alter, merke ich gerade. Das ist die Scheune. Ja, ich weiß, aber ich baue irgendwie nur... Ah, mein Dorf, wo Tiere drin sind. Weißt du nicht, was eine Scheune ist, Alter? Ja, die ist Rote Haus. Bist du Lost, Junge? Holy shit, Alter, wie kann man das nicht wissen? Junge! Rotes Haus, genau das ist es. In Fortnite gibt es auch Scheune. Ja, in Fortnite gibt es auch eine Scheune. Wie hat dir denn Standardskill-Lied gefallen? Sag doch mal ehrlich, Alter. Ging dir gut rein, sagst du? Lied gut? Ja. Aber Video vielleicht kritisch. Warum? Vielleicht ist dein Video gelb geworden, ich weiß nicht. Aber sonst, heftig produziert, so wie GTA-Style, ne? Übel heftig. Ich bin mir sicher, dass dein Video... So mit Lampen gefahren, tschüch. Ich bin mir sicher, dass dein Video gelb geworden ist, Bro. Da sind so viele nackte Frauen drin. Ja, aber ich gönne mir jetzt nicht, dass Video gelb wird, weil ein Song gibt immer viele Klicks und viel Geld. Ja, also meinst du Standardskill ist Millionär? Äh. Perfekt. Geile Unterhaltung, Mann. Ich lieb's mit dir. Ich lieb's mit dir. Ganz toll. Ja, schauen wir mal. Also, ich bin mal gespannt, Alter, wie das Video auf jeden Fall abgehen würde. Ich glaube, es ist ja jetzt schon relativ im Hype. Warten wir einfach mal ab. So, Alter. Ich hab hier auf jeden Fall komplett ins Struggle-Leute. Ich werde ja niemals fertig werden hier. Aber es ist egal, Mann. Ich geb mein Bestes. Ähm... Ich baue eine Scheune, Alter. Was baust du? Also, das, was halt die Aufgabe ist. Ja, perfekt. Dann haben wir das doch geklärt. Ist doch super. Was ist los mit dir? Bist du traurig, oder was? Ne, ich bin nicht traurig. Mir geht es sehr gut. Würdest du sagen, dass Standardskill ein guter Rapper ist? Ja. Perfekt. Bisschen Autotune. Bisschen Autotune, siehst du das? Aber Autotune macht jeder. Das ist extra zum Stahlkummer. Alter, vor deinem Song. Der war auch kein... Ein wenig Autotune. Der hat viel gemacht. Also, würdest du sagen... Würdest du auch ein Standardskill-Konzert gehen? Würdest mir im Kopf durchgehen, das nicht. Aber ich denke, ja. Geil, Mann. Perfekt. Das klingt doch schon mal super. Wenn der jetzt hier in Köln oder so ist, ich komme gerne vorbei. Sehr geil. Sehr geil. Freut mich voll. Freut mich voll, wirklich. Alter, ich werde niemals... Ich werde niemals fertig werden. Ich würde auf jeden Fall auf ein Standardskill-Konzert gehen. Ich würde alles mir, glaube ich, reinziehen, außer ein Wifi-D-Konzert. Weil, ganz ehrlich, Alter, da hat das nicht niemand vorhanden. Hat er es letztens auch als Empfehl bekommen? Ein Wifi-D-Konzert? Ja. Wo kriegt man... Geht der Wifi-D auf Tour? Nein, Bro. Sag mir bitte nicht, dass der Wifi-D irgendwie Konzerte gibt. Ja, der war live. Hier, Telekom-Irgendwas. Video-Date. Nein, war der nicht, oder? Guck auf Bühne. Bro, das ist aber schon ultra lange... Achso, das ist ja... Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Ja, wo er dieses... Was war das? Red Circle hat er, glaube ich, gemacht, ne? Alter, komplett peinlich. Nein, irgendwas anderes. Komplett peinlich. Hat er was Neues? Nein, ist er arsch. Oder Currywurst Rot-Weiß war das, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Dieser komische, dieser seltsame Currywurst-Song, den er gemacht hat. Holy... Alter, war das unangenehm. Ja, keine Ahnung. Was soll man dazu sagen? Außer Kopf ab, Alter. Ja, ne, also... Wifi-D würde ich mir auf jeden Fall nicht reinziehen als Konzert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, ähm... Was hast du mir reden? Gar nichts. Ich finde einfach nur, dass er nicht singen kann. Und dass es ein absolut unangenehmer Mensch ist. Deshalb brauche ich das an der Stelle auch nicht. Passt schon. Man kann drüber reden. Man kann drüber reden. Ne, ich rede gar nicht mit dem. So, Alter. Oh mein Gott. Als ob ich ihn noch fertig werde, Leute. Das wäre natürlich insane. Wie läuft's bei dir? Ähm... Scheunen-mäßig, sagst du? Gut. Mach mal Mou. Ja, so macht die Kuh in der Scheune. Ganz genau. Wissenschaftlich bewiesen. Das Kuh-Mou machen. Das ist richtig, ja. Genau. Alter, Mann. Ich hätte so gern World-Date. Das wäre so viel einfacher. Oh mein Gott. Gib, okay. Nicht. Digga, du kannst froh sein, dass du überhaupt wieder in Band bist. Ist übrigens tatsächlich so, dass Alperstein wieder auf meinem Server spielen darf, Leute. Er darf, ähm... Wieder auf meinen Server drauf. Danke, Baby. Du bist der Beste für die Genehmigung. Du bist süß. Kein Problem, Alperstein. Aber auch wirklich jetzt nur, weil du dich... Ich danke mich herzlich. Ja, nur wenn du dich jetzt auch wieder benimmst, ne? Ansonsten halt nicht. Versuch. Mhm, perfekt. So. Ähm... Bone-Meal geht das? Oh mein Gott, Leute. Perfekt geworden. Also ganz ehrlich, die... Ich glaube, ich bin ein Feature mit ihm. Weißt du das? Ich hoffe nicht, Mann. Das ist auf jeden Fall keine Scheune hier an der Stelle. Da frage ich mich definitiv, was das hier soll. Ja, Alperstein, deine Meinung zum Song. Sag mal bitte ganz kurz. Also, dir hat labtechnisch gefallen. Ja, ich will Cover. Du willst ein Feature mit Standardskill? Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Bin ich einfach ehrlich zu dir? Ich glaube nicht, dass er darauf Bock hat. Besorg mir bitte. Du hast Kontakte. Ähm... Würde ich jetzt an der Stelle mal versuchen, nicht zu machen. Du hast außerdem selber seine Nummer. Ja, das ist eine gute Scheune. Das ist auf jeden Fall in Ordnung so. Da kann man auf jeden Fall seine Kühe reinstellen, seine Schweine. Das läuft auf jeden Fall an der Stelle. Ich hab gut gegeben. Weißt du, was gut ist? Ja. Ja, was denn? Die Moe macht die Moe. Okay. Alperstein, ich hab wieder keine Ahnung, was das hier mit dir soll, Alter. Ähm, Feature mit Standardskill sehe ich dich aber auf jeden Fall drin. Das ist okay, würde ich sagen. Mäh, aber mehr nicht. Komm, wir machen Feature not so cool, Feature Alpha Popo, weißt du? Aber ohne Standardskill? Ja. Okay, krass, weil ich glaube, Standardskill wärst du deutlich erfolgreicher als mein Not so cool. Not so cool, Feature Alpha. Nee, Digga, dann... Ich vermittle dich doch lieber mal. Ich ruf mal deine Standardskill an. Ich ruf ihn gleich mal an und frag ihn mal, okay? Alter. Oh mein Gott. Insane. Insane, Junge. Die ist richtig gut, oder? Ich hab gut gegeben. Alter, was? Halt's Maul. Ja, geht mehr. Leon, bann. So, ich werde auf jeden Fall jetzt alle wegbannen, die auf jeden Fall hier nicht für mich gestimmt haben, Alter. Da werde ich das komplett durchrasten, Junge. Das haben wir hier. Loll, guck mal, ein blauer Lambo. Tschüss. Was ist das? Das ist doch kein blauer Lambo. Das ist ein Sch*** auf dem Alpha Stein. Das ist absolut schlecht. Das ist der Lambo von Sterns, dem Musikvideo. Mann, halt's Maul, Alter. Das ist komplett lächerlich. Da gebe ich einen Augenkrebs für, Junge. Keine Ahnung, was das soll. Und weg damit, Alter, weil das zu hässlich ist. Du siehst es selber, Stein. Du siehst es selber. Und ab dafür. Hä? Ab dafür. Du, hast du selber mitbekommen? Nein, nein, ich. Nein, nein, ich. Ja, das ist auch noch so, meh, Alter. Also irgendwie sind die ja alle wieder extrem bad. Pass auf, ich rufe jetzt mal ganz kurz. Ich rufe jetzt mal ganz von Standardskill an für dich, okay? Und frag ihn mal. Ja, ich rufe ihn mal kurz an und frage ihn mal, ob er Bock hat, ja? Bitte sag schöne Grüße von mir, bitte. Machen wir natürlich gerne, Alter. Ich hoffe mal, der ist auch Zeit. So, was haben wir hier? Ja, die ist echt sehr gut, würde ich sagen. Die ist auf jeden Fall mit Abstand das Beste bis jetzt, was wir gesehen haben. Not bad, so. Ich hoffe mal, Standardskill geht auch jetzt dran. Ja, Sepp, was ist los? Ey, Philipp, pass auf folgendes. Ich nehme gerade mit Alphastein auf, ne? Ja. Und ich soll dich von ihm fragen, jetzt wo du ja so rapmäßig unterwegs bist, ob er Feature von mit dir bekommen kann. Er wird ja mit dir zusammen einen Song machen. Alphastein wird mir einen Song machen. Ja, so richtig groß mit B*** oder sowas hat er gesagt. Er will es halt richtig krass machen halt. Und warum ruft er mich nicht selber an? Ja, ich bin Manager erstmal, ich kriege auch Geld dafür. Und er ist auch ein bisschen schüchternd tatsächlich. Ja, Digga, ich sag die Süßes, also Geld halt, ne? Für Geld halt. Wie viel würde es denn kosten, so ein Feature mit dir? Alphastein, dieser kleine Pisser hier, dieser GTA-Jumbo oder was? Ja, der macht ja auch Mannschaft. Wie redet der immer? Wie redet der? Äh, äh, äh. So redet der. Ja, Digga, ich sag mal so 100.000. 100.000, Alphastein hat so viel Geld. Äh, äh. Er überlegt. Also eine Investition. Schwieriges Thema, ich muss überlegen. Schwieriges Thema, er muss überlegen. Können wir da vielleicht freundschaftspreismäßig was machen? Also wie gesagt, Einnahmen 60-20 so. Äh, der Rest, äh, natürlich ganz finanzamt. Ganz klar. Ja, ich will das. Okay, ich will mit ihm fangen, wenn er seinen Kanal löscht. Alphastein, du löscht deinen Kanal, du kriegst den Featuren mit Standards Geld. Der war, der war. Auf meinen Kanal laden wir es hoch, wenn er seinen Kanal löscht. Und auf seinem Kanal laden wir es hoch und dein Kanal wird gelöscht. Welchen Kanal muss ich löschen? Welchen Kanal muss er löschen, fragt der gerade. Na, die Hauptkanal. Den Hauptkanal. Nö. Nö, er hat gesagt, also ich glaube, das ist ein Nein. Nö, sag mal, jetzt will er wirklich da oder was machen? Ja, er will wirklich ein Featuren mit dir. Er will auf jeden Fall. Also pass auf, wir machen es einfach so. Nö, er soll erst mal hier Parodie vom neuen Song hochladen und dann überlege ich mir das. Müssen wir uns einfach gucken, was der gesanntechnisch drauf hat, weißt du? Okay, also Parodie von dem Song sagst du und dann gucken wir weiter. Ja. Easy. Hast du gehört Alphastein? Harte Challenge. Harte Challenge, sagt er, aber ich glaube, er kriegt es hin. Perfekt, dann machen wir in Minecraft so fettes Video mit Stripperinnen und allem drum und dran. Sau geil. Machen wir. Aber in Minecraft war ich Musik-Ideo. Die eine Frau, die Brüste hat sogar in Minecraft. Die Frau, die Brüste hat in Minecraft. Ich weiß genau, wer du meinst, Philipp, Alter. Perfekt. Bei der Skybase-Video war das gewesen, Digga. Ja, ich weiß nicht, weil Alphastein, Alphastein ist sexualisierter Minecraft-Content-König. Ja, perfekt. Du, Philipp, dann danke ich dir für die 500.000 Aufruf dieses Video und bin raus an der Stelle. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Perfekt, Alphastein. Ich bin an der Stelle natürlich auch Erster geworden. Oh Gott, ich bin so gespannt von seiner Meinung. Alter, saugeil. Du musst nur deinen Kanal löschen und kriegst du Feature mit Standardskill. Perfekt. Das ist doch einfach ein perfektes Video an der Stelle hier. Aber wo ich es so sehe, wenn ich dann meinen Kanal lösche und vielleicht ein offizieller Sänger werde, vielleicht verdiene ich dann mehr. Ich glaub's nicht. Deine Stimme ist... Hä? Perfekt ist deine Stimme. Das wollte ich damit sagen. Gut, Leute, ich bin raus an der Stelle. Ich würde sagen, das war ein wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Standardskill und bei Alphastein vorbei. Ich hab damit genug für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Ihr habt's gehört. Wenn wir wieder von der Polizei gesessen werden. An der Stelle. Auf Wiedersehen. Tschüss.